Aus der Sonntags-Frühaufsteher-Gute-Laune-Kiste gibt es mal wieder einen Zehnänder vom Olli. Und zwar aus der ganz, 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 ganz neuen Kategorie. Der haut zum Zuckerbäcker der Kuchen jetzt an aus dem Kauapparat. Aus dem Kauapparat. Grüße möchte ich auch meine Fans bei SRF 3 und bei Bayern 3 und alle, die neu dazukommen sind. Ich bin der Olli und sonntags gibt es immer voll auf die zwölf. Ein Mann kommt zum Zahnarzt und als der Zahnarzt gerade den Bohrer ansetzen will, sagt er zum Patient, Sie, haben Sie Ihre Hand an meinem Geschlechtsteil? Dann sagt der Patient, ja, Herr Doktor, ich glaube, wir wollen uns gegenseitig nicht wehtun. Wir wollen uns gegenseitig nicht wehtun. Oh, Jesus. Der Sonntag hat kommen. Und am anderen Ende wartet Olli. dass wir die Zahnarzt haben. Wir machen sich mal auf die Zahnarzt und auf die Zahnarzt. Und dann schlipp uns die Zahnarzt haben, dass wir jetzt mit den Zahnarzt und auf die Zahnarzt werden. Vielen Dank.